hallo und herzlich willkommen zurück zu satisfactory so und kurz ich habe mir das jetzt überlegt ich füttere normalerweise von der mitte und gehe außen mit dem material weiter jetzt mache ich das anders weil hier kommt ja das kupfer an dann müsste ich das hier in die mitte hier reinpacken und die hälfte von da oben noch mal in die mitte und von der anderen seite zusammen fügen dass mir mache ich das jetzt anders ich mache das von außen also ist jetzt von außen praktisch weil das sind ja elf stück also 22 insgesamt also 11 produzieren halt für die 22 und die anderen 11 für die anderen 22 das macht doch viel mehr sind finde ich ich finde das macht mehr sinn andere seite hier ist gefährlich gleich in grün wie man so schön sagt sagt dahin weg oder wird es natürlich mit dem strom jetzt ja nicht so prickelnd den hier anzubringen war ja heute gehen so 2 3,4,5,6,7,8,9,10 und wann noch 11 jetzt gleich auf der seite nur umgedreht ja passt doch ja bin ich bei 44 das ist soweit okay 21,9 müsste 60 prozent dann sind das zweimal 80 prozent ne sind 160 prozent zweimal 80 prozent sind 160 prozent das mache ich erstmal hier hinten zweimal 80 prozent ach nee hab ich das hier schon eingestellt ne ich hab hier noch gar nichts eingestellt okay hupfer bau okay ja einfügen 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 ich habe nämlich jetzt schon wieder vergessen von wo welches kupfer kommt das hier was ich sehe was krumm ist wie die sau ja wie sind das denn hier aus was der gar nicht ist hier mittig hier ist es noch mittig aber hier nicht mehr ja das geht sogar kommt soll das denn das kurze stück hier dann auch weg ich mache euch immer an wenn es hier dunkel wird das tut mir echt leid so und dann wurde mir gesagt ich soll doch bitte mehr alternative rezepte benutzen ja da würde ich gern machen allerdings ist es so dann ist das hier viel kupfer und zwar 480 in dem fall und hier kommt an weniger ja klar natürlich kommen da weniger an aber mir war jetzt wo taktik runter hinten oder vorne bin ich hinten einen runter takte mach ich einfach ich guck später ob es passt zwei stück auf was sagte ich 15,8 9 1,5 8 9 ne 100 158,9 18 158,9 teil durch 2 sind 79,45 79,45 das gleiche das riecht mich auf ich muss ja immer 79,5 ok gut das kommt hier auf beiden seiten das gleiche raus an munition und das nachher nicht passt gucke ich mir wo halt am wenigsten ankommt und da würde ich dann ja intelligenten spiele da dazwischen bauen halt abend geht es aber mal wieder richtig gut fusionator dann kann ich ja wohl hier hin bauen aber bitte in die andere richtung raus gehen der plan ist jetzt hier hinter mich das jetzt andersrum macht ist ganz einfach haben jetzt mit diesem band da hinten die 22 befüttern und irgendwas und gerade sagen er ist doch falsch erst richtig da hinten die 22 und auf der anderen seite hatte ich die anderen 22 jahren wie ich das dann abführen wird sich ein bisschen doof an ist es auch extra da oben so ein laufstück gebaut und baut doch von unten das gleiche hier er ist ja platz in ja nur noch die stahl platten junge 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 richte dich aus und zur erklärung das hier ist ja schon alternatives rezept ich mache hier mit draht und stahl platten mache ich verstärkte eisenplatten so habe ich die nervigen schrauben nämlich ja aus dem rezept rausgenommen weil schrauben herzustellen das ist echt unmöglich so ok 30 die minute da reicht ja was da insgesamt kommen raus eine seite werden das dann 412 oh das mit den konstruktoren das musik 300 ab 120 da draußen dann schon wieder ein vierer band ich brauche größere bänder dafür muss ich erst noch ein bisschen was und produktion ohne oszillator und keine computer ohne computer keine super computer und ja so weiter und so fort deshalb muss das zuerst gemacht werden ich hier oben und das nächste tier angeht das tier den nächsten 30 x 11 130 also braucht doch noch brauchen vierer band wenn ich das ganze jetzt erst mal mit strom dann haben wir schon einen kleinen vorlauf der super das war richtig ich sollte nicht reden und bauen klappt nicht da und zwar durch ja ja der war jetzt nicht so gut und jetzt kommen da hinten die förderbahn spiele dahin und zwar genau so diese reihenfolge hat er nicht in dieser reihenfolge sondern auf der gleichen linie man sieht zwar nachher mit dem strom nicht ganz so schön aus oder abstriche muss man machen da kommen jetzt echt viele kabel raus ja warum mache ich das warum dafür mehr warum hatte das nicht allein müsste doch eigentlich sind also auch manchmal tut doch nicht immer willkommen sagte ich ja ich brauche ein vierer band man nicht da hinten im vierer band rausgehen muss ja hier man vierer band weitergehen ein ja komm schon so ok wer dann eigentlich perfekt eigentlich jetzt brauche ich das glaube ich noch mal von der richtung glaube ich einfach wenn ich denn gerade laufen könnte er war falsch er war falsch warum sage ich es und repariert nicht warum häcklich mensch hast mich das muss halt nur spaß und falsch baut macht auch spaß nämlich als sport oder ist zweimal dass er nicht sinn der wache was soll ich erklären was soll ich sagen was ist passiert nix ist passiert so ihrer band wie gehabt und in der mitte da wird das jetzt gleich noch viel viel schlimmer weil wir müssen wir müssen ja dann autosave autosave beginnt und schon ruckelt wo ist mein wo bin ich da ich bin doch keine fehler raus warum eigentlich inhalt nicht fehlerfreien das geht nicht mehr war vielleicht von hier aus und beide richtungen was ist vielleicht möglich steht fehlt schief schief hat sache also der ist falsch der falsche aber ist falsch der steht richtig und der ist falsch und der letzte steht wieder richtig warum snippt er dann so schön ich habe es wahrscheinlich besser gesehen als ich so du noch nur noch die soll ich jetzt schon mal was ist mir ist auch nicht mehr zu helfen so sollen wir dann jetzt strom anschließen ich glaube nämlich ja mache ich habe hier noch nirgends strom angeschlossen okay gut dann machen wir das gleich ich habe ich habe mal eben geguckt ja es sollte so hinhauen ich habe schon mal die dinger hierhin gemacht und dann würde ich jetzt mal die mit strom versorgen wollen hier ist noch gar nichts angeschlossen warum eigentlich nicht warum habe ich das nicht gemacht weil ich verpeilt bin weil ich verpeilt bin warte mal dazwischen ja dazwischen habe ich nur die nicht aber er wollte ich dir jetzt nur mit strom versorgen jetzt mit strom wie hatte ich das denn gemacht dass strom ist hier immer der linken seite ich von da dazwischen gehen und den da theoretisch müsste es jetzt immer der gleiche abstand sein da sage ich mal so das ist ja zum beispiel jetzt nicht richtig das ist nicht alles gerade sehr schön so dann wären jetzt wo ist denn der nächste er müsste wieder so ein abstand ja sehr und die frage ist kriegt das von hier oben irgendwie gebacken so ein abstand er wird er wird einen kurzen abstand er wird einen größeren abstand ja zu weit zu schmal so er ja egal ne auch nicht doch auch nicht doch auch nicht doch passt der große abstand der kleine abstand der große abstand eine kleine abstand ja das passt sogar perfekt der große abstand der große abstand der kleine abstand eine große abstand und könnt ihr mit einem kleinen abstand wenn wir da mit einem großen abstand habe ich dann jetzt was vergessen sind wir schon hier weil wir sind schon hier hier wird ein großer abstand irgendwie nein nicht wie nicht im fliegen bin habe ich denn überhaupt hier schon strom liegen glaube ich nicht dachte wir werden heute fertig aber da muss ich wohl noch ein paar katz machen nein gibt es keine zurück taste so das gleiche dann jetzt hier noch mal ja hier mit einem kleinen abstand daneben großer abstand ein riesen abstand irgendwas habe ich hier falsch gemacht er ist noch nicht angeschlossen stimmt ich den kleinen abstand ach man ich mit meinem großen abstand kleinen abstand aber es scheint zu passen okay gut gerade erfasst ja und 40 stück anschließen aber nicht ausrecht eine menge so ich wollte das halt fertig bekommen also skippe ich hier mal das anschließen und wir sehen uns dann gleich wieder okay okay ich debb ich habe das eisen noch gar nicht angeschlossen jetzt mache ich hier die planung und habe noch kein eisen was ich nicht so gut finde das ist die höhe das ist die höhe ja okay okay bitte mal das eisen ja da hinten ist das kupfer und weiter hinten soll dann das eisen hin und zwar sollte das bitte dann hier hinter also da lang da soll dann irgendwann das eisen hin bedeutet wenn das eisen hier so dass wenn das eisen hier so weiter geht komme ich denn hier zu meinem eisen da hinten da muss irgendwie gehen ich habe aber keine kommentare gelesen dass ich kein eisen angeschlossen habe was ich ja brauche für verstärkte eisenplatten so immer ruhig mal in die richtung das eisen guckt jetzt in die richtung ich kann es nicht in der kann ich nicht aber ich kann so dicht wie möglich rangehen so dann von hier da lang gehen das sollte eigentlich so passen heute ist okay das hier hinten sieht ja auch kacke aus sieht bei mir alles kacke aus davon ab 240 dann brauche ich noch wenn ich 240 eisen habe brauche ich noch 142 142 zu zusätzlich eisen so jetzt wo gibt es denn hier noch eisen erstmal das hier anschließen 60 120 170 das sollte gehen ich hoffe es oder es geht und 40 ne also bei der band mk3 also hallo so das wird nicht gerade werden glaube ich es anschließende ne 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 denn jetzt nicht funktioniert so bin hier ungefähr ja hier mittig oder da mittig ich glaube ich mache es doch so sieht kacke aus das ist nicht zu ändern dann ist es halt so egal so lang ich glaube hinten war noch eisen was fehlt mir nix fehlt mir habe mich verklickt okay ich will das erstmal nur bis und dann auf die suche nach mehr eisen gehen aber ich glaube hier war noch in reisen was ist denn das da hinten das eisen sollte das vielleicht eventuell eisen sein bitte nicht rein doch rein älter gar nicht übel ja gut perfekt kein strom das ding na ja na ja nie ein höher jetzt gerne so richtig und nicht dass ich hier auf ästhetik achte aber so ein bisschen ein bisschen könnte es ruhig ästhetisch sein aber noch gar noch ein drunter hier noch ein drunter wirklich nur der ok zweimal reines eisenerz und ich habe das nicht genutzt ich denn finde nein die frage war nicht ernst gemeint so ich muss jetzt noch mal zurück in die badzitz die da drüben ist und ich hole mal dann noch mal meiner ok meiner mk2 in welche richtung muss denn das wird ja auch nicht mehr so richtig gerade ach nee nee dann weg baue ich den anders auf und zwar in die richtung dann kann ich das ein bisschen besser timen ja komm ja ich weiß wie man das macht wenn der so ein bisschen schief ist aber ehrlich 160 ne reicht ja ein dreier band was hier so raus geht ja das ist das ist dann halt schief kann jetzt nicht ändern so ich alles später wieder ab zack bin ich nur von hier nein das wollte ich nicht das wollte ich nicht wollte ich nicht ich wollte in die richtung zusammen sind es 162 das geht doch ja ein bisschen hoch gebaut aber naja ok dann kommt hier mit dich ein vorderturm in zwei ja geht er nicht dichter ran doch geht er passt so ja was soll man machen 12 bin ich wieder da da müsste ich so reingehen dann lieber noch mal neu gehen ok so ganz weit zurück von da hin strom 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 da ist strom na gut nur noch da hinten strom also strom da hieß doch's kron oder kron was hat der da immer gesagt kron ja kron glaub schon äh junge mein strom nicht mitgenommen mhm 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 könnte doch eigentlich wo ist das hier bin ich ungefähr hier der dahin und mit was ist denn noch verbunden ja bedeutet bedeutet das gut bedeutet ich muss aber ich muss den mit dem verbinden dann kann ich den abreißen hoffe ich ich muss aber noch den dem verbinden dann kann ich den abreißen dann ist strom da hinten dann ist strom hier ja gut gut und ich brauche noch strom dahinten ich muss noch mal ein paar katz machen das sonst wird das nicht verlegt das wird es mir so nicht fertig wir fehlen ja noch jene menge sachen also ja 24 konstruktoren ungefähr so der strom und schloss ist da drüben warum warum ja komm das hinten da noch einer hin da ist der stromanschluss da kann ich einen noch hier hin ist egal ist jetzt egal ist doch jetzt komplett so da kommt unser erstes zeugs zeugs sind insgesamt was auch die ich 362 das heißt ich könnte das komplette band hier zusammenfügen wenn ich den genaue material hätte hätte fahrradkette ich ziehe es mal bis hier dann ziehe ich dich was ich denn ihr machen fusionator dahin förderer band und dann geht aber daraus eigentlich das noch mal weg ich schneide das weg ich mach das und dann geht es mit dem vierer band weiter richtung stadt mitte plattform mitte das ist doch im leben nicht gerade ich habe es doch mit ich gemacht so aber jetzt haben wir zumindestens mal von hinten kommen 240 und von hier kommen an 240 das ist eigentlich unnötig auch nee nein das ist nicht dein ernst ein das ist nicht unser ernst ist unser karl der hat nur die kappe vom ernst an das muss ich das wieder abbauen oder ok da ok hier ist alles produziert worden genau kabel viel mehr draht genau dahinter wird dann noch mal kabel gemacht das ist natürlich jetzt ein problem weil 483 kabel gehen an die verstärkten eisenplatten und 100 kabel draht gehen an die kabel konstruktoren so jetzt wie macht man so was kann das hier nicht alles ja funktionieren ich muss es fusionieren das ist klar das ist ja schon mal klar nur hier das sind 42 von denen ja die mussten hat jede menge zeugs warum muss ich das irgendwie time es war wenn ich würde dann die zwölf konstruktoren für die kabel direkt hier hinter platzieren da also kommt ja hier kommt der draht raus die eingang 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 ausgang nämlich veräppeln ist nicht wahr oder ja das ist wahr alle falsch rum gestellt ich drehe die mal kurz um so ich brauche jetzt noch 14 kabel kunst also konstruktoren die kabel machen das würde ich jetzt nochmal genau umgekehrt machen weil hier geht ja raus ne würde ich wieder von innen nach außen bauen ohne witz so 14 9 3 4 5 6 und 7 nicht runterfallen muss ich wieder hochfliegen andere seite das gleiche nur umgedreht nicht runterfallen nicht runterfallen so ok 2 3 4 5 6 und 7 ok die wiederum dann jetzt wirklich draht ne so kabel kommt an die machen draht also hier dinge wieder bitter so langsam wenn ich mal drin bin hätte auch ein schuh draus aber ich spiele halt sehr selten dann habe ich die hälfte wieder vergessen ok kabel schauen wir mal kabel gehen raus 30 input 60 dann können wir ja mit einem dreierband äh mit einem einserband das ganze verbinden äh mit einem einserband das ganze verbinden manchmal geht das mit einem doppelklick und manchmal nicht so ok aber es kommen an das muss ich jetzt mal richtig äh raus tüfteln auch für die 12 auch ich insgesamt 812 davon was natürlich nicht geht 812 geht gar nicht ähm 812 812 ja und das sind 40 von den dingern und jeder macht 30 ne 1200 ungefähr ja mehr als 1200 ok 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 40 mal 20 sind 812 812 kriege ich ja nicht auf dem band ne mhm ok aber ich kann das schon mal hier anschließen das wären dann 480 480 480 äh autosave 480 480 480 das sind 480 geteilt durch 40 sind und und 12 ist das richtig? ja glaub schon ne also 12 kann ich schon anschließen 2 äh 2 4 6 8 10 10 12 sind 480 warum kommt hier nix raus? warum kommt hier nix raus? warum kommt hier nix raus? band vergessen? ne band ist drin z z vergessen ah ja ok rad 480 ok damit kann ich befüttern äh warte 480 geteilt durch äh Kabel geteilt durch 60 sind 8 also ich kann 8 damit befüttern das ist schon mal gut 8 geht nämlich auf 2 4 2 4 6 und 8 8 ok haben wir aber ich kann 8 damit befüttern oh die sind noch gar nicht an Strom angeschlossen oh mach ich offline ok Problem erkannt ich hab viel zu viele von denen gebaut ohne Witz ich muss das hier hinten alles wieder abreißen ach man aber das machen wir in der nächsten Folge bis dahin baue ich das um bis dahin gehabt euch gut und tschüss danke fürs zuschauen